In den etablierten Parteien ist offenbar Panik ausgebrochen, Panik vor den Piraten. Anders ist es nicht mehr zu erklären, warum Politiker mit Lichtgeschwindigkeit ein Thema entdecken, das sie jahrelang verschlafen, für das sie sich zumindest nicht sonderlich interessiert haben. Da verhandeln diverse Staaten und internationale Organisationen über eine komplizierte Materie. Es geht um den Schutz von geistigem Eigentum und Markenprodukten. Wir alle kennen das ja aus dem Urlaub. An jeder Straßenecke gibt es vermeintliche Luxusprodukte zum Schnäppchenpreis. Und da bricht dann schon mal der Christian Wulff in uns durch. Wir greifen zu, wissend, dass die Sachen nicht in Ordnung, sondern gefälscht sind. Hersteller und Künstler verlieren so Milliarden. Dass sie sich dagegen schützen wollen, ist normal, im Straßenhandel genauso wie im Internet. Jahrelang wird das Abkommen ausgehandelt, im letzten Moment bricht der Aufruhr los. ACTA wird zum Synonym für Überwachung im Internet. Von Zensur ist die Rede, vom Verlust der Freiheit und von Strafen bis hin zur Netzsperre. Schwarzer Bildschirm für notorische Raubkopierer. Nichts davon steht im vermeintlichen Geheimabkommen, doch Fakten spielen keine Rolle mehr. Die Hysterie im Netz kennt keine Grenzen und, das ist neu, sie schwappt hinüber in die reale Welt der Politik. Mit sicherem Gespür für Populismus und ohne jede Rücksicht auf ihre bisherige Position, gebärdet sich Justizministerin Leutheuser-Schnarrenberger als Jean d'Arc des Internets. Warum? Weil die FDP ums Überleben kämpft und neuerdings die Piraten die Parlamente entern. Und die FDP ist nicht allein. Auch alle anderen etablierten Parteien haben plötzlich Angst, die Generation Internet zu verlieren. Wir erleben gerade, wie sich politische Prozesse dramatisch verändern. So wie früher funktioniert Politik nicht mehr im digitalen Zeitalter. Es ist allerdings auch keine Lösung, einfach nur der Stimmung im Netz hinterherzulaufen. Mit so billigen Raubkopien machen sich Politiker schlicht lächerlich.